Herzlich willkommen zu GTA 5 zurück und starten wir mal wieder einen Story Modus hier und wollen mal wieder gucken, wie das weitergeht. Freut mich, dass das so Anklang findet. Ja, GTA Online. Lad mal, lad mal, lad mal hier. Wir wollen die Story weiterspielen. Schöner Lambo. Eigentlich ein Countach, ne? Würde ich ihn jetzt identifizieren. Ja, sabbel mal. Können wir mal schauen hier. Sind das jetzt hier mit dem anderen Charakter hier? Kann ich den Michael schon irgendwie großartig spielen oder ist hier noch nichts los missionstechnisch? Ah, er chillt hier schön irgendwie am Kanal. Kippe reingeschmissen, ne? Geil. Ja, irgendwas ist da mit dem Fragezeichen. Ich glaube, das Grüne war immer der schwarze Freund hier, den wir da eben hatten. Ja, jetzt wissen wir auch, woher ich den Wagen da schon kannte, weil, ne? es ist Michaels Wagen. Ja, ich möchte aber gerne erstmal bei ihm hier bleiben. Wie heißt denn der Typ überhaupt? Das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Na ja, finden wir bestimmt noch raus. Oder ich muss meine eigenen Let's Plays mal gucken, weil da irgendwo erwähnt wurde im Untertitel. Habe da gerade ein Foto geschossen? Frank Lynn, ah. Was hat sie denn jetzt hier? Was hat sie denn jetzt hier? Hm. Hm. Ja, ja. J.B. 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 was da jetzt los ist, was wir machen müssen ich meine mich zu erinnern, wir müssen hier ein bisschen müssen hier ein wenig laster fahren anscheinend, autos abschleppen, irgendwie sowas war das tja dann schauen wir mal, fahren wir mal diese möhre hier fahren wir dann halt mal hin kürzen wir hier mal ab kürzen wir hier mal ab woops oh mein Gott so, linke shift-taste, linke strg-taste, okay kürzen wir hochziehen, und ab geht die Post hier, okay puf dann auch diese blinkerei da an also autos abschleppen ist jetzt hier gerade mal eine mission okay wohl für den Cousin, der sich gerade stoff reinzieht und kurz zu arbeiten ich zieh hier einfach mal rum was für eine Karre, ey das ist schlimm oh, wir fahren aber rot, das ist ja kein Problem so, dann müssen wir gucken hier dann muss ich hier wieder aufs Grundstück fahren, ne muss ich hier wieder aufs Grundstück fahren, ne geht den Tor auf, oder ja die ganze Schnauze ist schon ich fahr halt irgendwie voll jetzt, kacke okay, ich muss da anhalten okay, du got it release that baby so strg wieder runterlassen und haben das Fahrzeug abzusetzen ich hoffe, das brauchst du dich nicht melden, okay yo, dann speichern das mal ja, konnte man jetzt nicht viel verkehrt machen, ne hm gut, gut so kann auch mal wieder laufen hier, ja so, ich wollte dann jetzt aber eigentlich ganz gerne mal zapp der hat doch eben das M da angezeigt, ne ich fahr hier mal hin der geht doch bestimmt zum Maike, weil die arbeiten glaube ich zusammen irgendwann irgendwie war das doch so mir war so fahr ich da einfach mal hin und dann schauen wir mal grafik top, story ist geil deutsche audio wäre halt mal ganz cool weiß ich nicht, vielleicht gibt es sowas ja wie bei Max Payne auch, dass man da eine Übersetzung kriegt vielleicht das wäre natürlich richtig cool weil da lässt sich das angenehmer spielen und gucken halt, ne vielleicht hat da jemand eine Idee zu so, ein bisschen Autobahn fahren hier, ja auf dem Highway das ist ja auch kein Problem, machen wir auch mal schön Vollgas hier wir werden da im Radar markiert, wenn du in der Nähe bist ja, da komme ich jetzt aber grad nicht so einfach hin ja, man kann Polizisten quasi helfen, wenn da gerade einer irgendwie Scheiße baut dann kann man dem Polizisten halt helfen, den zu schnappen irgendwie mir war so, irgendwie so war das hier muss ich lang jemals ey, schau mal her schau mal her schau mal her du warst ich habe ja es ist nicht die ich meine es warst es hat ja es braucht sie wir haben Was will er denn da? Schauen wir mal, ich bin ja gleich da. Sieh da schon kommen, das sind so Videos hier, die ich hier mache, die werden etwas länger dann noch vielleicht auch mal. Einfach weil es gar nicht anders geht. Ja. Soll ich denn da hinkommen? In dem Urfang, ich darf drauf fahren, ja? Okay. Schauen wir mal. Was geht denn jetzt hier los? Hm, das war der erst mal rasant schnell Tag. Oh, Genesis, das gibt doch bestimmt Copyright Probleme. Na okay, das sind nur so kleine Stückchen. Phil Collins. Haha. Ich bin da für den Drink, das ist alles. Haha. Ich war wirklich sehr ernst über das. Was? Du bist hier, was auch immer. Sit. Du bist nicht mehr so robben. Man, ich habe nie so robben. Das war nur eine Repossession. Okay. Du sagst es, was du sagst es. Ich wirklich nicht. Was kann ich für dich? Ja, ich kam einfach nur an, wenn ich etwas kann, was ich mit dir helfen kann. Ich sehe, dass du gut bist für dich selbst bist. Ich bin ausgewandert. Nichts du ein bisschen jung für die Pipe, die Slippers, und die Schmerzen auf ein fucking Sunset? Ich bin in diesem Spiel für viele Jahre lang. Und ich bin rausgekommen. Das macht mich der richtige Alter. Du bist ein guter Kind. Aber wenn du mein Tipps hast, du bist ein guter Kind. Du arbeitest hart. Du schraubst auf alle anderen, die du liebst. Du schraubst. Du schraubst. Du schraubst. Du schraubst indiscriminativ. Und vielleicht, vielleicht vielleicht, wenn du Glück bist, du bist ein 3-Bit-Gangster. Das ist blöch. Geh zur Schule. Du schraubst die Leute aus. Du schraubst. Du schraubst. Du schraubst. Du schraubst. Ich finde das. Du schraubst. 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 Ich glaube, ich habe mich nicht als ein fucking Pest. Du schraubst. Heute ist alles um Humild. Morgen, wir versuchen eine Training Montage. Eine Training? Was? Ja. Ich bin nur in 80's Film-Fantasy. Ich kann sehen, du schraubst viel Zeit hier. Ja. Okay. Das ist weswegen du hier in Bondwood. Vielleicht bin ich hier, weil ich nur ein Idiot. Wer glaubt, dass die Päumteieагоbrennen sind ein guter Wegeleben für keine sehr wissen, was du hier machst. Jesus. Du war ein guter Tag. Du wusstest. Ich sage dir was, das lege ich dir, kann dir das Bier. Da ist ein kleines Bar, die ich liebe. Das ist nicht weit von da. Er geht. Okay. Okay, jetzt mal ein Bier trinken. All right, I'm coming. For my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I help you out. Oh man. So, ich soll irgendwie nach draußen laufen. Schön, Cabrio. Amanda ist wohl seine Frau. Pacific Bluffs. Das war gut. Und jetzt. Lassen Nummer 1. Don't ever have kids. Hey, Mann. Hey, Mann. Wenn ich Kinder habe, ich nicht so, dass keine Eltern Probleme kommen würde, würde ich über die Hände haben und die nicht. Shit, motherfuckers würde sich glücklich sein, dass sie nicht so gut sind. Ich glaube, ich muss mich nicht so gut gehen. Aber, du, ich weiß, ich habe einen Punkt. Mathologisierende Selbstdeprecation. Ich weiß es gut. Ja, Mann. Aber, shit, wo ist der Boat? Little shit's been hijackt. Es ist irgendwo an der Western Highway. Mann, nicht du worried? About my boat? Ja, ich bin. Aber du kannst immer noch ein paar Boat kaufen. Ja, sag mir meine Accountantin das. Mann, du kannst immer noch eine Kredite für einen. Aber hast du gekommen, Repoet? Nein, danke. All right, Homie. Ich bin dein Freund. Ich bin jemanden, ich bin jemanden, du willst zu impressen. Wirklich? Mann, ich dachte, du bist nachdenken. Warum der F***** ich will impressen, ein Knopf zu machen? Weil ich kann noch ein paar Dinge erzählen. Vielleicht helfen dir die Tür zu einem gewissen. Vielleicht helfen dir zu öffnen, die Freude mit dem Bekannten zu verbreiten. Ich werde dir helfen, die Bekannten zu bekannten. Also, ich werde dir helfen, du kommst das Boot zurück. Dann bist du, mein Freund. Und du bist, mein Freund. Ja, Mann. Oh, Junge. Ja, das muss ich dir erst mal verfolgen anscheinend. Ah, dann die Jacht. Okay. Boah, das hätte ich die Sorge mit meiner Jacht hier. Ja, das muss ich dir sein. Ich habe ein Stück in der Clubbox, ich komme. Oh, ja, man, fine. Just fucking fine. So, you thought of everything, right? Well, you said you want to learn the old way of doing things. Oh, fuck this! Ah!